Was ist der Unterschied von vielen Untenrufern? Ein primärmenschliches Bedürfnis, ein primärmenschliches Anliegen und eine primärmenschliche Aussage, das sich sicher nicht untergeht, das können Sie mir glauben, weil das weiß ich von mir und nach mir werden das noch hunderte andere auch so sehen. Davon bin ich fest überzeugt. Soll ich es mal abdrehen? Ja, ja, warte, Musik, das Ding rein und wenn Sie fertig sind, klopfen Sie abdrehen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020